So einen Humbug mache ich nicht. Ja. Beste eine mit der AW Monster. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich lege lieber wieder in deinem Oppo. Der nächste ist schon, oder? Ah, ja. Komm schon, ich bin so schlecht. Ja wirklich, ey. Ah. Ich habe nicht gedacht, dass der schon so wie Duffel gelaufen ist. Einmal die Klon. Guter Burn für Short und gut gegangen. Schöner wie ein Zist. MP9 beim Monster. Der andere ist in Heaven. Er ist nicht mehr in Heaven. Er ist aber gesprungen. Er ist aber gesprungen. Er ist aber gesprungen. Warum höre ich überhaupt auf dich? Ich habe mir doch gedacht, ich habe gesehen, dass er gesprungen ist. Aber ich habe nicht gewusst, wohin. Aber es geht den Waden. Wirf den noch nicht hin. Wo ist er noch? Full Flash. Auf der rechten Seite ist er. Ich wollte gerade nicht raus holen. Der andere ist im Water. Im? Water. Mit seiner Scout. Und. Er kippen sogar noch einen Hater. Und. 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 Ich rede noch einmal inchein. Los. André. Ja. Was? Hallo. Ist das Mikronom? Ja. Servus. Ja. Hab ich doch schon. Hab ich auch noch ein Auto mit dem Motorrad? Nein, ich habe mir ein iPhone gekauft, der will auf das was. Ja, ich habe mir eh ein Bild geschickt. Dann habe ich geschrieben, er überlegt sich ein iPhone zu kaufen und habe halt richtig wie man es tut als guter Kollege wie Gates wirklich geschrieben. Aha, er ist hinten. Fabian. Oh, der hat der K. Unten am Burn. Ah, f***. Automally burn Barrels. Ja, der ist close schon, meine Waffe cool. Akut schon. Ach komm, ey. Das riesige habe ich doch nicht gehört. Ich hole mir den Netz da, wo immer Monster hineinpickt. Ey. Ich hole ihn mit dabei. Jawohl, der will gar nichts. Innen vorhin auf dem 2. Ja, er ist hinten. Ich muss Richtung Heaven Sea oder Walter. Einhalter blind. Ja, er ist vor den Monster. Das ist geil. Der hat sogar nichts. Ja. Letzte Runde. Ah, ich kann ihn wegnehmen. Und jetzt brenn ich! Nice! Ich habe ihn ja schnell überholt von den Kills hier. Machen wir ein Double-Nap am Monster? Machen wir mal. Easy! Der Mann habe ich 85 und der andere 26. Gehe er mit daneben. Nein. 74 und 15. Ich habe da einen getroffen. Der Mann ist mit dem Deagle ganz hinter dem Monster. Ich habe ihn gesehen. Er ist draußen. Ich habe einen 5.7. Ich habe versucht, dass die Granaten gejält. Ich habe einen Kfall. Ich habe einen Schuss. Ich habe einen Schuss. Aua. 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 Halber Schreibtisch umgerummt. So viel kann ich mich gar nicht drehen. Willst du AK eigentlich? Nein. Alles gut. Let's go. Let's go. Fngate. проверung doch alle. Klar. After der Sand am Angen League. Er ist unterwegs. Ist er weg? Ja. Ja, der ist schon zu gefährlich. Freiefeiert haben wir ihn jetzt ja geschossen, bevor er schon da war und trotzdem wenig rennt. Hat sich gedacht, der krasse Rückstoss von der P90, der hat das sicher nicht im Griff. Wir haben Pistol-Round. Diegel und 5-7 oder so. Oh, ja. Oh, die haben sie genommen, die Haie. Pusten sich, glaube ich, beim Ding runter. Nein, da können sich keine pusten. Und die beiden Monster? Nein, nein, halt, jetzt ist ein Smoke gelagert. Nein, ich bin auch wegfallen, Shit. Schwarz ist offen jetzt. Fuck. Okay. Habe, ah, nochmal ein andere Monster. Mit dem Deagle. Jetzt hat der P90 vermutlich. Ah, nein, liegt da. Oh, ich bin so schlecht. Ah, das schmeckt Killer. Schau mal was legen. Ups. Okay. Go, go, go. Oh, ich bin nicht wegkommen. Fuck. Oh, ich bin da wegkommen. Fuck. Ah, ich bin da wegkommen. Ah, der hat mich mit der Avis gekocht. Hmmmm So das Monster wird einmal abeimt gemütlich Ja die sind da und einmal zumindest Ja die haben sich boosten probiert Warte ist wieder Ah ja Er zoomt ja so Nein Er hat mich sogar getroffen Ja Wie wild Ah schade Ja Ja wer sieht diese boosten Du fällst in der HW Ja Sollen wir einmal auf Shorten gehen ja Können wir schon Hast du Smoke für Monster Ah scheiß auf Smoke Vom Monster Beide Monster Ja Ja ich backstab sie Ob der erste Ah der andere ist unterneckt Ich glaube ja Oh und entscheidend zui Sauber unnötig 11111 Das ist die ultimative Schnapszahl Ah Der wieder kann Abbrank Der ist ja frech